Ich habe sie schon auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise vermisst. Das hat mich eigentlich sehr glücklich gemacht, zu wissen, dass da draußen jemand ist, der mich so nach vorne pusht, allein mit den Gedanken, auch davor schon so gepusht hat, über meine Grenzen zu gehen. Und sie meinte, wenn du das nicht für dich selbst gewinnst, dann tu es für mich. Und ich habe gesagt so.